Ein Ruck geht durch dieses Land und zwar genau der Ruck, den wir brauchen. Die Menschen lassen es sich nicht länger gefallen und wir als AfD-Fraktion hier im Landtag von Sachsen-Anhalt stehen natürlich an der Seite der Menschen und deswegen sind wir heute mit hier vor Ort. Genau, wir stehen für eine Politik mit gesundem Menschenverstand. Deswegen sind wir nicht nur heute hier in Magdeburg, sondern in allen Städten in Sachsen-Anhalt unterwegs und unterstützen die Bauern, unterstützen die Unternehmen, die Handwerker. Die Ampel muss in Berlin weg. Das muss hier auf jeden Fall. Wir können uns diese Politik hier nicht mehr länger erlauben für unser wunderschönes Land. Wir müssen wieder weiter zurück auf den Weg des Erfolges. Deswegen müssen wir eine große politische Wende herbeiführen. Helft uns dabei. Wir stehen hier weiter treu an eurer Seite.